Hallo zusammen, ich bin BöserGummibomb und willkommen zu einer sehr sehr kurzfristigen Stream-Ankündigung. Wir werden heute streamen um 9, 21 Uhr, heute ist Montag der 4. Februar, drüben auf www.twitch.tv-bösergummibomb und wir werden ausschließlich Battle Brothers spielen und sonst gar nix. So ist es. Ich freue mich über jeden, der vorbeischaut. Bis denne.